Ein gezielter Wurf, fester Griff um das Tau, dann hält das Schiff. Matrose Malte Klein macht jeden Tag dutzende Male an den verschiedenen Anlegern Kiels fest. Wie die Fähren zu den nordfriesischen Inseln gehören die Fördedampfer hier zum Stadtbild. Die Kieler vertrauen ihnen, auch nach dem Fährunglück auf Amrum. Ja, wir fühlen uns an für sich sehr sicher, genauso als wenn wir in unserem Bus einsteigen würden. Also Unfälle können immer passieren, wir haben da keine Probleme mit. Und wir fahren auch gerne mit dem Fördedampfer. Sorgen muss sich auch niemand, denn die Schiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel sind mit Propeller und Ruder ausgestattet. Sollte ein System ausfallen, springt das andere ein. Ein Totalausfall wie auf Amrum ist unwahrscheinlich. So können die Passagiere die Fahrt auf dem Fördedampfer in Sicherheit genießen. Jawohl, tschüss.